Hey Freunde, ich wollte euch noch einmal daran erinnern, wir haben jetzt bald schon den 24. Januar, das heißt, unsere Geschenke, die wir uns in Minecraft in dem Store einfach abholen können, laufen ab, also lockt euch heute noch ein und sichert euch die Geschenke. Ihr müsst euch nur einloggen, alles aktivieren und schon habt ihr tolle Sachen für euren Skin, aber auch weitere Welten, die ihr einfach so kostenlos euch abgreifen könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also einloggen und einfach sichern. Tja, ich habe es schon gemacht, von daher tue es jetzt auch und dann viel Spaß mit dem ganzen Kram, denn ich meine, was uns Minecraft da schenkt, das ist jetzt schon, so sagen wir mal, 25 Euro wert. Also, ich meine ja nur, geschenkte Sachen sollte man immer abgreifen bei Minecraft. Also einloggen, sichern und dann war es das schon für heute. Ich wollte euch einfach nur noch einmal daran erinnern, sichert euch die Geschenke. Ja, dann war es das hier. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns und hören uns zur nächsten Woche wieder. Also, haut's rein und ciao!